Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Auto. Das ist der neue Hyundai Kona N. Das ist das erste Mal, da kaufe ich ein nagelneuer Auto. Und können wir sehen, diese Charakteristik, das haben die alten Autos von Rally, von der Gruppe B, glaube ich. So, hier ist meine dominikanische Fahne, weil ich bin dominikanischer Mann, auch ich bin deutsch. Und das ist der Felgen, 19 Zoll, Aluminium und das Innen von dem Auto. Dieses Auto gehört zur Division N von Hyundai. Kommen von der Gehirn von der alten Mitarbeiter von BMW. Wir haben Reifen Pirelli, von Albert Biermann. Pirelli P0, 19 Zoll. Und naja, eine schöne Himmelblau Farbe, tolle Spoiler. Und Antenne, Hi-Fish Antennen und diese Stopp-Licht, die Formel 1. Da können wir lassen, Hyundai und hier Kona. Und N, N ist wegen Nürburgring und das ist der große Aufpuff, gigantische Aufpuff. So, la, la. Das Farbe ist der elektrische Blue. Das ist die spezielle Farbe von der Kona. Und jetzt probieren wir mal, schauen wir in den Autos. Ja, habe Alcantara schwarze, offen. Aber warte mal, der Schlüssel, ganz wichtig. Sehr interessanter Schlüssel. Mhm. Hyundai-Symbole, N-Symbole. Inneren ist der schere Schlüssel. Und schalte vor geschlossene, offen und hinteren Türe. Interessant. Jetzt kommen Inneren. Inneren, Inneren. Entschuldigung, meine deutsche Sprache ist Katastrophe, aber etwas ist etwas. Das ist der Innenraum von dem Auto. Jawohl. Können Sie sehen, eine spezielle Lenkrad. Tor, Kontrolle von dem Tor. Scheiben oben, Scheiben unten. Graduation von dem Spiegel. Jawohl. Viele Regelung, Regelung da. Die Lichtung. Genau. Und andere Kontrolle, dadurch kann ich die deutsche Übersetzung jetzt. Mhm. Sehr, sehr interessant. Nagel neuer. In Karibisch wir sagen, okay, guck mal, das ist der, aha, rücker Spiegel. Inneren Spiegel. Jawohl. Hilfe. Hilfe. Das bin ich. Oh, meine iPhone. Da. Braulio. Das bin ich. Haben auch eine Lichtung. Da. Da. Licht. Aus. Ein. Ein. Jetzt aus. Interessant. Hallihallo. Hu. Hier in Augsburg, Bayern, Deutschland. Das ist der rücker Spiegel Mitte. Rücker Spiegel. Dominik, kann ich empfangen. Ein paar von Dörf. Hier der Bildschirm. Neun Inch. Kontroll. Map. Navigation. Spezialschalter. Sextrackradio. Media. Alles. Und das ist der Klimakontroll. Gott sei Dank, der Klimakontroll ist mit einer Schaltung. Und das ist Heißung in der Stühle. Aha. Viele mehr Funktionen. Nochmal wieder der N. Symbole. Ist automatisch doppelgetrieber. Da ist eine USB, aber nur für Strom. Die Mitte ist USB für Musik Multimedia. Und hier ist die klassische, anmodische Jet. Zigarette-Konexion. Sehr, sehr interessant. Hier ist Alcantara. Aha. Alcantara. Sehen Sie. Eine Knoten. Blaue Knoten. Mit der Himmelblau. Elektrische Blue. Automatische Lichtung. Aber die Lichtung ist sowieso ein Schalter. So, la, la. Und der wunderbare Lengrad. Oh, my God. Das viele, viele sehr gut. Mit aller Funktionen. Ja, Telefonfunktion. Favoriten. Diese blaue Knoten ist von der Sport Mode. Und so weiter. Und der andere ist hier von, aha. Der Koromikunso. Rote Knoten. Der Lachen. Rote Knoten. Das geben, aha. Und das ist der Symbol. Das geben 100 mehr PS in Autobahn. Für mehr Genießen. Und Metallpedal. Metallpedal für Gas. Metallpedal für Brems. Metallpedal für die Schlafen. Das ist Handbremsen. Ja, heute ist relativ modisch. Handbremsen. So, das ist hinten. Hinten Stuhle. Lampe. Innenraum Lampe. Genau. Und Schalter hier. Und Schalter hier. Jawohl. Haben Krell. Krell ausbrechen. für Harmar Kandong. Harmar Kandong. Genau. Und der Bildschirm hinten. Der Lenkrad. Das habe der Auto. Der Lenkrad auch haben Palette. Und da ist der Eingang für das Head-Ort-Display. Da du kannst schauen, wie schnell du bist. Die Navigation. Und viele andere Sachen. Viele andere Funktionen. Und hier ist für Gläser. Für Brille. Sonne Brille. Festige Place. Viele Stikel mit extra Funktionen. Die da, du, du, da, du, da, du, da, da. Aha. Eine kleine Raum. Kofor, Koforraum. Mikro, Koforraum. Ha, 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 ha. So, la, la. Und jetzt probiere mal. Das ist der Gürtel. Und meinen Bauch. Sicherheit. Gürtel. Und probieren der Fahrzeug an Machen. Das ist etwas ganz wichtig. Das ist K. K, 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 K. Kaugummi. 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 Chiklet. Und jetzt wir machen den Motor an. K, 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 K. Und jetzt können Sie sagen, der Motor ist lebendig. Motor ist bereit. Bereit. Da können wir Wetzel. Funktionen. Jetzt können wir schauen. Alles Funktionen mit Light. Das Radio. Multimedia. Navegator. Alles. Bundebar. Aha, aha, aha. Ist viele Funktionen. Von Autos, da weiß ich nicht, ob es funktionieren. Aber alles ist Übung. Ich muss langsam probieren. Mhm. Können Sie sagen, alle Funktionen. Momentan singen in Spanisch. Weil meine Mutter Sprache ist Spanisch. Das ist Drive. Weil das ist der Motor, da soll ich fahren. Sorry, aber meine Mutter Sprache ist Spanisch. Und alle Kontrollen in der Autos singen in Spanisch Sprache. Das ist der Eco. Economic. Mode. Oder. Das ist Autonomie. Momentan. Nicht so viele Kilometer Autonomie. Revoluzion. Und hier ist kein Entscheid. Normal Mode. Vorfahren normal. Ach, schon gesehen. Und es ist ein Sport Mode. Da der Monster ist raus. und das Geräusch von der Autobetzel. Das Geräusch bekommt mehr aggressiv. Und, komm mal, ich kann schauen Video. Das ist Bella Porsche. Bella Porsche. Ich kann schauen Video, aber nur, wenn die Autos stoppen. Wenn die Autos bewegen, der Video stoppt. Und eine Teilweise ist in der Landkarte. Das ist sehr schöne Grafik. Sport Normal EQ. Können wir betteln. Zu Drive oder Traktion. Drive. Traktion. Und jetzt wir haben zum Beispiel Schnee. Warte mal, weil diese Teile sind in Englisch. Ekonomales Sport. Habe ich schon gesehen. Schnee. De Schnee. Wie ist lustiger Schnee? Mut. En Sand. Das ist sehr interessant. Das ist Multifunktion für Radio, Multimedia und alle andere Sachen. Lalalalalala. Das ist Special Unschalter von Machen der Endmode. Da der Auto ist wirklich böse. Und du bekommst die Hyperacceleration und das Puff-Puff-Geräusch von den Motoren. Hören das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. The Monster ist aus. Yeah. Yeah, baby. Yeah, baby. Oh lala. Das ist gut. Guten Tag. Das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig. Das ist all temperaturen. Motor in temperaturen. Wie viel Benzin habe ich. Wie stark ist die Direktion. Suspension alles. Wie schnell bin ich in Auto. Der Turbo. Der Druck von Turbo. Der Par. Wie viel Kilometer habe ich schon gefahren. Und das ist die Sport-Mode von Auto. Gas geben. Temperaturen von Öl. Nochmal wieder. Nochmal wieder. Ölmotor. Chronometer von Drucken. Drucken von Gas geben. My Gott. Das ist Drucken von Brems. Circuit. Das ist Herodisplay. Mit Projektsion. Verschauen, was passiert. Mit Projektsion. Wie schnell ist das Auto. Genau. Genau. Auch hinten der Lengrad. Okay, warte mal. Das ist das erste Menü. Mit dieser Gruppe Funktion. Hier in N. Ich habe das Menü mit dem Circuit von Nürburgring. Wenn ich fahre zum Beispiel in Nürburgring, und ich habe alle diese Informationen. Alle das Informationen. Alle das Informationen. Für so wissen. Interessant. Ja, wohl. Diese Auto ist eine echte Minicomputer. Und da ist Regulieren. Regulieren der Motor. Oder, ob es da geht. Oder Light, Direktion. Suspension oder Dampfer. Transmisierung. Getrieber. Und viele andere Funktionen. Das soll ich lernen. Aber hier ist, wie machen die Auto. Mehr Geräusche. Der Auspuff. Wie von dem. Ah, der Lodge Control. Lodge Control. Das ist sehr interessant. Mhm. Wie fast an der Furius vor zu fliegen. Und das ist Statistik. Mehr Statistik, Uber Auto. Mehr Statistik, mehr Info, mehr Alles. Oh, wow. Okay. Fast ist machen die Traction Kontrolle aus. Nein, 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 nein. Das ist ein Fehler. Provieren in direktion. Sport oder normal. Sport oder Sport Plus. Aha. Interessant. Weiter noch. Lengrad. Lengrad ist sehr schön. Runde. Mhm. Kontobol mit Lohgerer. Ja, wohl. Mhm. Und die Klimaanlage. Ist nur für eine Zona. Aber ist okay. Genug. Die Klimaanlage. Airconditioner. Alles, alles, alles diese Funktion. Induzion laden vor Telefon. Kontaktlos. Nochmal wieder können wir schauen. Wir haben das Hello Display. Und die Funktion vom Auto. Und nochmal wieder Videomusik. Wenn die Autos stoppen, ich kann schauen Videomusik. Aber ohne Geräusch, weil ich will keine Probleme mit Copyright zu haben. Schöne, 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 schöne. Aber hinten der Lengrad, wir haben das. Schöne Aluminium Palette. Da. Paletten vor Machen Gänge mit Hand. Da. Manchmal. Plus. Und Minus. Genau. Das ist für den Manchmal Kontroll auf der Auto. Mhm. Kommen wir draußen. Jetzt draußen. Draußen. Noch wieder der Ausbrecher von der Marke Krell. Die Vision von Harmar Kardon. Harmar Kardon. Da. Eine N. Symbole auch. Mhm. Schöne Tor. Jawohl. Mhm. Plastik. Schwarze Plastik. Jetzt, wir schauen mal ein bisschen der Motor. Not mal wieder der Hero Display. Zu viel Reflexe. Hero Display. In der Autocontroll. Cerrado. Jawohl. Und festecken. Da ist der Hero Display jetzt festecken. Inneren. Und wieder weiter, 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 weiter. Nochmal wieder der, aha, aha, Regeln, Putzen, Teile. Und der Hinteren von Auto, hinteren Kofferraum. Habe gesagt, wir haben Formel 1 Licht. Dreieck. Triangle. Dreieck. Und genug Platz für einen guten Supermarkt Shopping. Ja, ja. Pass. Genug Platz für Supermarkt Shopping. Das große Aufpuff, das haben Sie schon gehört. Gehören. Gigantische Aufpuff. Mhm. Jetzt schauen wir beide, Teile, bei Teile. Aha. Aufpuff. Bunde, bare Aufpuff. Trumpete. Trumpete. Raquete, Teile. Ja. Und jetzt schauen wir die Autos Motoren. eine motoren mieter 280 ps mit turbo da ging korreng offen der motor lichtung wie kleine diamanten diese design von der position licht diese litte von hundey wissen sie sie machen die arbeit da das ist der luft einlass aber falsch das ist geschlossen da haben diese schöne symbole wie pfeife oder so radiator der hyundai symbole ist in schwarz und in chroma das ist geschlossen und das ist offen linie von luft und das ist der radar radar gegen unfall diese linie ist bei der gruppe wieder gruppe b von von rally halleluja das ist eine schöne sauber und ordentliche motoren ich habe nur zwei hände schauen wir mal wie kann ich filmen und halten die motoren das ist die innere motoren trotzdem ist ihnen die motoren haben das sind die symbole inneren und ja das ist viele mechanische teile da langsam langsam soll ich lernen wie funktionieren wunderbar einfach wunderbar jawohl jawohl echte schöne eine motoren das du kannst anfassen und ich mache deine hand kaputt und das bin ich ui 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 wundeware 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 apparaten so jetzt ist machen das geschlossen und sagen tschüss das sind die schöne motoren vor meine neue baby meine neue auto hyundai kona kona n jetzt haben wir heute gesendet der auto millimeter bei millimeter so la la fertig danke liebe leute für meine video anschauen und ist der moment zu tschüss sagen bye bye kona und wollen eine video an tag anschauen jetzt habe ich eine video an tag gemacht bye bye liebe leute danke